Gibt es zusätzliche Rentenbonusse für Menschen, die 45 oder 50 oder mehr Jahre gearbeitet haben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute am 25.09.2024 eine E-Mail-Anfrage aus Ungarn bekommen. Dort schreibt uns der Rentner, dass er seit 2011 in Ungarn lebt und im Internet liest er immer, dass alle Rentner, die in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben, ich war über 50 Jahre im Arbeitsleben, davon 45 Jahre im öffentlichen Dienst, Bonuszahlungen erhalten sollen. So zum Beispiel ab dem 25.09. gilt das für alle Rentner oder nur für Rentner, die in Deutschland gemeldet sind. Ja, meine Damen und Herren, das sind absolute Fake News, Falschmeldungen, die aktuell sozusagen orkanartig über YouTube verbreitet werden. Also da kann man ja fast jeden Tag irgendwelche KI-gesteuerten neuen Informationen bekommen, dass der Bundeskanzler Scholz oder Hubertus Heil oder wer auch immer von der Regierung versprochen hat, dass Rentnerinnen und Rentner 2000 Euro, 5000 Euro, 6000 Euro Bonuszahlungen erhalten und zwar am 25.09.2024 oder am 10.10.2024. Das ist alles gelinde gesagt Unfug. Ich hatte in der Vergangenheit schon einmal über einen ähnlich gelagerten Fall berichtet. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, wenn Sie das lesen, einfach wegklicken, melden Sie bitte diesen Kanal bei YouTube, teilen Sie mit, dass das Fake News ist, damit dieser Unfug einfach aufhört. Es gibt im gesetzlichen Rentenrecht keinerlei Extra-Bonuszahlungen, die irgendjemand versprechen kann, nur weil Altersrentner Altersrentner sind oder vielleicht auch länger gearbeitet haben oder weniger gearbeitet haben. Dafür gibt es nichts, sondern man bekommt seine Rente so, wie sie im Rentenbescheid berechnet worden ist. Ja, meine Damen und Herren, das soll es mal wieder gewesen sein von dieser Fake News Welle von YouTube und von anderen Informationsquellen, die im Internet so einen Unfug, ich sage es jetzt mal unter uns gesagt, Blödsinn verbreiten. Das soll es gewesen sein. Näher aus zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.